Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der frühe Vogel fängt den Wurm auch bei dem Mephisto Amadeus Horst Indus. Am heutigen Eröffnungstag, I-Cup, erste Qualifikation zum Weltfinale mit einem strahlenden Sieger aus der Bundesrepublik Deutschland mit Philipp Jussen. Philipp, ich glaube, der Grundstein ist gelegt für den Finaleinzug, für das Finale hier im European Youngster Cup, das Weltfinale mit einem heutigen Sieg. Ja, war echt eine gute Runde, ich bin super zufrieden und ich freue mich auf Sonntag schon mal. Jetzt ist ja der I-Cup mit den Abmessungen noch einmal angehoben worden, noch einmal verschärft worden. Wir beginnen mit 1,45, 1,50, 1,55. Also das sind schon mal eine Hausnummer. Ja, ganz bestimmt. Sonntag wird auf jeden Fall schwer und müssen wir auch kämpfen auf jeden Fall. Jetzt hast du heute schon einmal dein Talent aufblitzen lassen und hast an deiner Seite keine geringeren als den Bronzemedaillengewinner der Olympianspiele von Seoul. Wir erinnern uns gerne zurück mit seinem Nepamuk, Carsten Hook. Was kann dir Carsten Hook mitgeben bei so einem Parcours? Ja, seine Erfahrungen halt und all seine Routine gibt er halt an mich weiter und es ist echt super mit ihm zu trainieren und vielen, vielen Dank dafür. Carsten Hook ist ja bekannt dafür, dass da wirklich alles bis ins kleinste Detail durchorganisiert ist, im Plan ist. Ist das wirklich so streng, wie man es immer hört? Ja, also ist schon ziemlich streng, also das stimmt wohl, ja. So, und was drausst du dich noch zu für das Finale am Sonntag? Gibt es einen deutschen Sieg? Boah, das kann man jetzt noch nicht sagen, aber klar, man probiert immer zu gewinnen und ich gebe mein Bestes. Ich wünsche mir dir noch toi 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 hier bei dem Mephisto Matthäus aus Indos. Dankeschön. 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 Vielen Dank.